So, okay. Passt wieder. Geht weiter. Äh, ja, Navi. Nein. Nein, ist nicht. Nein, falsche Taste. Oh, cool. Ich sterbe gleich im ersten Dungeon, weil ich kein Gameplay habe. Ich muss mich da unbedingt dran gewöhnen. Und ich muss mir merken, welche Tasten welche sind. Na, wo? Oh, was ist denn so viel? Aua! Okay, passt schon. So. Ja, ne, geht weiter. Ey, ihr wisst gar nicht, wie scheiße das ist. Obwohl doch viele wissen, weil sie selber das Problem haben mit dem Gamepad. Fehlendes Gamepad. Ah. Na. Okay. 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 Kann ich dich nicht irgendwie... Navi! Bye-bye! Du machst das. Okay. Euch kann ich noch nicht töten, das weiß ich. Ja, ist okay. Oh, jetzt habe ich die richtige Taste gedrückt. Ja, meine Presse! Navi! Ma! Kann man die nicht ausschalten? So ein Tutorial ausschalt, Knopf, wäre geil. Ja, ja. So, jetzt habe ich ein Problem. Welche Taste war er? Das ist etwas... Ich drücke ja auf gerade alle Tasten. Was? Nein. Du warst L. Und meine Karte hin! Achso, ich hatte nie eine. Gib... ... ... ... ... ... Gib mir doch... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nein, 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 nein! Welche Taste war er? Alter! Ich gucke jetzt nach, tut mir leid. Äh, äh, Controller-Plugin, so. S! Ah! Okay. Passt. Mal, ich bin wegen dem fast verreckt. Ah! Alter, echt jetzt? So. Ist okay. Ist... Ja, danke. Ja, Mann! Ich hab' jetzt schon keinen Bock mehr. Ja. So. Allerdings kann ich das wirklich nicht garantieren, dass dies bei jeder Anspruch so geklappt. Probier es einfach aus, wenn du Mut hast und verschwinde. Ich verschwinde. Hm? Ja. Du verschwindest. Wohin? Wohin verschwindest du? Fragen über Fragen. Geil, Deo-Mystery. Huiiii! Huiii! Da-da-da-da-da! Die Fähenschleuder! Im Gegenstandsmenü... Oh nein! Ich seh's kaum damit mit Pfeilen. Zählen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wenn du sofort schießen willst, halte Zähle etwas länger gedrückt und lass dann los. Also, ohne Scheiß, wenn ich das Projekt abbreche, dann wegen fehlenden Gamepads. Das geht gar nicht. Das würde mich irgendwann so aufregen. Ach, komm, klettern was schneller. Ach ja, ich scheiß auf Goldene Skull, tu das nur. By the way. Ich weiß, dass die welche sind, nur ich hab heute keinen Bock auf die. Falsche Taste. Yay. Ich hätte beinahe Escape gedrückt, dann wäre die Aufnahme wieder abgeschmiert. Huiiii! Nein. So. Das wird lustig. Ach, das geht ja noch. Die? Ja, genau. Huiiii. Lol. Hallo. Hallo. Danke. Ah, lang wird die Aufnahme auch nicht mehr. Ich mach jetzt in 5 Minuten Ende. Komm, guck mal. Reicht für 2 Tage. Hm, hm, hm. So, okay. Y. Ende. Nochmal Ende. Okay, gut. What the fuck? Ach so, ich dachte grad, was ist das denn? Ah, so. Äh. Ende. 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 So. Ich will merken. Ende. Escape auf Deutsch. Nee, Escape war was anderes auf Deutsch. Mir egal! Schieß dich drauf! Naja, wisst ihr ja schon. Naaah! Ich heul jetzt schon, Leute. Ich, ich, ich geh so heulen. Ich brauch die Karte übrigens nicht. Ich kenn den Dungeon noch auswendig. Das war der Dungeon, den ich am häufigsten gemacht hab. Weil ich nach dem meistens keinen Bock mehr hatte. Ne, nach dem zweiten hatte ich keinen Bock mehr. Weil der, der, der zweit ist der geilste im ganzen Spiel, find ich. Ich, ich find den Wassertempel auch ziemlich geil. Auch wenn er von vielen, ziemlich vielen verflucht wird. Ich find ihn schon recht geil eigentlich. Ich, ich, ich. Nein! Nicht heute! Jo, mmhm. Jo, fick dich doch. Mhm. So, okay. Uno. Kann ich auch. Ja, ich denke einfach. Bäm! Ähm, wieso krieg ich Schaden? Holy motherfucking. Lol, nein. Nicht heute. Irgendwie ja nicht... Nein, okay, ich geh wieder zurück. Du kannst mich mal... Du kannst mich mal echt am Arsch schrecken. So, wenn ich jetzt nicht treffe, bräuch ich die Aufnahme ab. Weil dann, dann heul ich echt. Gott sei Dank. So, jetzt sind wir im Hauptteil des Dungeons. Das erste war nur so ein Tutorial, wie der dann aufgebaut ist. Okay, ich bin gerade doch irgendwie froh, dass diese Funktion mit dem Autoscope drin ist. Oder Autos hier. Ich hab keine Ahnung, wie ich's nennen soll. Hm. Ja, ja. Tschuh. Ja. Das musste ich nochmal machen. Ach ja, genau. Ich bin aber auch ein Fisch. So. Aber, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Ich hab nämlich gerade irgendwie nicht mehr so viel Lust. Äh, ja. Ich danke fürs Zuschauen. Ne? Falls ihr noch mehr von meiner freaking oder ex-cutors-Scheiße sehen wollt, die noch nicht mal online ist, äh, äh. Ich bin ja noch nicht zu Hause. Ja. Ne? Muss ich jetzt mal alles übernehmen. Arschloch. Ähm. Ja. Dann schaut auf den Kanal. Äh. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschö. Bis zum nächsten Mal.